Nach dem dunkelsten Winter der letzten 50 Jahre kommen die ersten Sonnenstrahlen und mit ihnen die Sky Monkeys. Sie besteigen ihre Flugzeuge und werden starten, um den Bann des Frostes zu brechen. Um aufzusteigen und sich wieder frei zu fühlen, um zu fliegen. Willkommen zum Sky Monkey Shoot-Off 2013. So, hier ist Elmar, der furchtlose Springer. Ich meine zum Absitz, wieder fließe mir egal. Ich glaube, die ist halt Sonne von hinten. Ich gehe da. Top 3. Top 4. Mit der Mitte. Der Mitte. Wann dir. Untertitelung. BR 2018 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 Cool geflogen bist du, Jack. Kannst du was dazu sagen für den Absetzen? Sieht jetzt alles reibungslos. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018